Hans Hubermann? Komm schnell! Papa! Wer ist das Papa? Sein Name ist Max. Er braucht Hilfe. Versteckst du dich vor Hitler? Ja, ich bin Jude. Ich hab dir was mitgebracht. Du steckst voller Wunder. Du stiehlst Bücher? Warum? Wenn das Leben dich bestiehlt, musst du es dir manchmal zurückstehlen. Ihr versteckt jemanden, oder? Wenn irgendjemand ihn sieht, nehmen sie dich mir weg. Und ich kann dir nicht sagen, was sie mit ihm machen würden. Ich hab Angst. Sie durchsuchen die Keller. Mama! Was soll das Ganze? Max! Max! Ich will dich nicht verlieren. Ich verdanke dir mein Leben, Liesel. Das darfst du nie vergessen. Mama! Worte sind Leben, Liesel. Wenn deine Augen sprechen könnten, was würden sie sagen? Es war einmal ein Mädchen. Das hatte einen Freund, der in den Schatten lebte. Sie zeigte ihm, wie sich die Sonne auf seiner Haut anfühlte. Und die Luft, wenn man Atem holt. Und das machte ihr klar, dass sie noch am Leben war. Gute Nacht, Bücherdiebin. Von Propheten Office 7% harist life da der Motivation aus주세요. Bei dir Meu dependen rowen. Femeen Bin depend bis D